Hallo, ich bin der Doktor. Im Loading Screen gesagt, er möchte sich in diesem Raid ein bisschen hinten halten und zwinker, zwinker und das Feld von hinten aufräumen. Wie es dann letztendlich gekommen ist, schauen wir uns an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und wenn ihr mich im Stream besuchen wollt. Heute um 20 Uhr geht es natürlich wieder los auf Twitch. Und ja, freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Jetzt aber ab in den Raid. Viel Spaß. Ciao. Martin, ich habe mir jetzt gerade vorher so einen WoW-Stream angeguckt. Das war nur krank. Da sind nur die ganze Zeit irgendwelche Dinger aufgeblinkt. Mach mir mein Spiel nicht. Wofür ich keine Zeit habe zu spielen. Ja. Okay, dann wieder voll Bock ab. Schönen wir uns. Nein, sicher. Ja. In München ist schon... Irgendjemand vorne zu dem Eingang von euch? Nein, ich bin schon da. Ich bin schon da. Also nicht hinten rein. Du bist dann quasi... Ja. Dann habe ich Heidcheck jetzt am Start, oder? Ja. Ja, okay. Man... Nein. Ja, sicher. Ja, sicher. Ich bin schon... Ja, sicher. Ich bin schon... die Gegner. Und auch auf Holz gegangen eben gerade. Okay. Es läuft, willst du dich erstmal hier positionieren? Leise, 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 leise. Die hören dich drüben. Direkt wo? Hier, hier, hier. Da siehst du meinen Laser? Ja. Willst du auch meinen Streamern haben, oder hast du keine Zeit? Ja. Doch, hab ich. Kann ich machen, ne? Cooler wäre, wenn ihr dem Dings machen würdet. Wenn ein Team das Kino übernehmen würde. Nordgebäude. Das kann man natürlich auch machen. Dann haben wir sie eingezingelt. Irgendwas steppt hier. Ganz rechts hoch. Wird ich. Steppen tun die Jungs hinten mittlerein auf Holz die ganze Zeit. Hinter mir. Das wäre wahrscheinlich. Ein Tich. Ein Tich? Und du bist ein Tich. Das ist eine Vase. Ich brauche einen Rolex. Leute, ich möchte dir nichts sagen, aber hier liegt so viel guter Loot rum. Das ist krön. Das ist krön. Es sei denn das gute Zeug. Also das gute Leute, unterwegs sind. Ja, die Leute sind gute Leute. Ähm. Hm. Ja, wir gehen gemeinsam ins Kino. Wäre zwar jetzt lieber aufs Dach gegangen, aber... Dann kannst du auch aufs Dach gehen. Bitte. Alles gut. Verlegt aufs Dach. Zieh dann. Hörst du mich anvisieren das hier das bahnhof sieht sauber aus da läuft was linke seite ich habe es auch hier oben gehört zwei leute zum kino kommt näher ich weiß nicht wo die laufen links von mir was heißt so ja ich werde sie laufen die kommen grausgang vielleicht ja nein die laufen vorne drei leute die laufen laufen vorne beim krankenwagen ja granate raus kommt noch hinten dass sie nicht zu verschiebt noch links ja ich okay wo seid ihr die wollen rein zu dir scherz die bild mehr stärke Das eine war Gott noch erlassen, aber es kann sein, dass die schon, äh, leck, krasse scheiß. Sollen wir zu euch verschieben, oder sollen wir hier oben bleiben? Ja, dann geht runter ins Gebäude. Ja, mein ich ja. Sie sind ja alle unten drin, oder? Ja, alle drin. Bei uns im Flügel oder drüben im East? Bei uns im Flügel. Wo seid ihr? Ich bin ganz hinten. Stopp, 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 bist du hier im zweiten Stock hinten der Treppe? Ja, 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 das war ich. Ah, Tobi. Sorry, ich bin... Ich repariere kurz meine Arme, ich bin am Balkon draußen. Wo bist du am Balkon draußen? Ja, bei uns hinten ist er auf einmal aufgedacht. Ganz hinten. Ja, ja. Ja, genau. Ein Krieg der Weltenmasse, genau. Äh, vielleicht habe ich einen erwischt, ja, wenn man wirklich ins Gesicht geworfen hat. Vielleicht hat er es mit den Zähnen gefangen. Aufmerksamkeit. Ich habe bemerkt, dass sie dann hier reingesprungen sind. Wer steht jetzt? Ruhe. Gegner. Ja. Ich stehe vor, dass Kerl wird so jetzt der Raum. Ich höre was außen laufen. Ist der eine Typ beim Kankenwagen, war immer noch beim Kankenwagen. Könnt ihr das laufen auch? Ja. Ich bin im Treppenhaus, ich höre nichts. Draußen, vor dem... Ja, was? Er hat, ne? Zwei habe ich, einer lebt noch. Drei waren es. Wo, wo denn? Draußen, vor dem Hubschauber. Schon wieder beim Hubschauber. Ich glaube ich bin... Was hatten das für keine Kerze, Leute? Das waren aber andere. Das waren nicht die. Ich bin jetzt hier... Vierter Mann tot. Holy shit. Ich bin tot. Okay. Ich bin unten im Erdgeschoss gestorben. Und wo war der Band? Der war unten im Erdgeschoss kurz vor dem Glasgang da. In dem Raum war ich gewesen. Vier Leute habe ich rausgenommen. Hat dort eine für euch angelegt? Ich. Ja. Ich halte den vorderen Eingang. Und, du? Das stimmt. Und, du? Wie kommen wir denn noch die Ahnung zu? Was? Und wo ist der Martin gestorben? wo bist du jetzt genau 327 aber du bist ganz oben ja genau von der seite wo wir reingekommen sind das gebäude wir haben jetzt eigentlich fast alle tot sein das ist nur noch ein einziger er ist da wo die das dafür weg ist kurz vor dem glasgang ging links ins kino nicht sicher weil die die ich gesehen habe auch mal die schwarze ski an gehabt deine haben die drei draußen habe ich weggemacht und der schwarzen helden und mpx oder irgend so was okay dann vielleicht doch und wie und ich bin gestorben wenn du nach links unten guckst ihr aufs gebäude aufs gebäude das ist kurz raus habe ich das im kiosk neben dem ja ja ich habe ihn glaube ich also ich hoffe dass ein todescher das ist der typ der mich gekehrt da bin ich mir ziemlich sicher aber ich glaube jetzt hin da kannst machen sehr bald musste heißen sehr bald bist du die steppe ich habe das bericht schon das laufen ist jetzt alles du geh hinlegen auch du ja jubbs verwalt sehr bald hast du da mal ich du hast den ja okay wenn dann wenn eine mv kontakt kontakt irgendwo richtung ist bin habe ich dort irgendwas flitzen sehen wer jetzt nun nicht ab außerhalb oder innerhalb ich glaube außerhalb sogar außer okay ich glaube dass diese auch deine ist kurze schritte ich bin unten auf holz gerade martin in welchem raum warst du ja 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 ich hab's schon gesehen ich bin jetzt einmal jubbs wir haben halt noch schüsse in richtung im wasserwerk oder ein bisschen umsprungwerk gehabt aber da willst du jetzt auch nichts mehr haben soviel zum thema ich wollte nur hinterher laufen mhm wärst du mit mir aufs dach gekommen komm ich hab vier spiele rausgenommen ganz so schlecht ganz so schlecht ich bin jetzt eck geschossen okay wir haben den schuldigen gefunden du warst das alles klar ich bin weg geschossen ich hab was bei martin in der meinte herz die bäuern lassen mich immer alle stellen das gibt's halt niemals da draußen hinten raus wo wir rein sind ich kann mal vorbei ich laufe jetzt mal in den grünsteifen rein dann schauen wir da mal rauskommen da reicht viel los sein würde ich glaube ich nicht mehr bis auf den einen dem e-string ich bin jetzt die beiden steinen ah da waren die beiden jungs bei mir jetzt schnappt ihr euch schnell das und ich mach nen gefährlichen was haben sie verworfen wir auf APK ok liegt da noch einer ja ne total affige APK eigentlich Level? achten wir alles drin fertig dann läuft was ja ja ich hab ihn hu hu ok hui lo hui lo hui lo koniec tebe ist der über uns boah hijack hui lo hui lo hui lo hui lo hui lo jetzt weg hier ich hab ihn getötet ich hab ihn getötet ein von drei ab durch den rockpass jetzt schauen ob offen und dann guck nochmal in den flügel hoch bevor ihr dahin rennt ok der eine hier ist tot ne 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 andere Raum war es hier 301 eigentlich schon? nein deswegen sag ich ja lieber hochlaufen dann schau ich mal drüben kurz ob sanita raum gloutet ist ich sage ja ja dann guck ich mal hier 310 nach auch ist offen ok ich glaube skybridge ja ist offen ok hast mich gerade erschossen ich war es nicht da sind spieler ihr habt dann ist wir noch im zweiten schock sogar wies think ja treppe zum hier großtreppe lange treppe was soll der dock die ganze zeit gesagt dass da drüben ist wenn ich jetzt schon mal hier reingeht hier sanitarraum da dachte ich dass er dann nicht wer dort ist oder sie hier toby jagt also er ist in meinem flügel zweiter stock oder ja dass wir noch mehr sind ich glaube richtung kino ich glaube dass sie die bilder irgendwo die agro hat ja warte mal hallo jetzt hallo ich hasse dieses spas oder der programm das läufer seite sein was denn wo soll dein gegner sein über mir jetzt sind sie auf jeden fall abgelenkt so dass was du das gefahren kino und natürlich wir verraten es müsste an den unterirdischen tunnel vom west zum ist hin geben das wäre so geil wo ist hijack nochmal gestorben wo bist du rüber gelaufen der skybridge über skybridge und dann auch mit so etwa zwei meter gegenüber der skybridge dann ok aber dann könnte wir eigentlich die skybridge rüber gucken wir haben ja wo es hier ist ja es ist ein anderes das ist nicht das ist nicht das ist ja das ist das ist das ist das ist das ist das ist gleich ist sie einer minus aber es waren zwei das überhaupt kein sicherer kohle von wasser zu erschossen habe ich jetzt gar nicht auf geachtet tobi geh mal die lange die mal die lange treppe nach oben also budget sicher schön langsam schleichen und dann seitengang sicht wird schlechter für mich da bist du so wie das war ich ja wir lernen wir das schon noch irgendwann tobi mit jedem team kill wenn du stirbst lernst es wenn ich mit meinen kumpels spiel dann hat jeder immer ein stream ok ist er tot hat sich ein bisschen nach diesem go gefühlt der andere ist auch tot waren doch zwei tobi oh shit ich hab nur was gehört da haben wir meine px das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020